Moin moin, liebe FC24, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, ihr habt wieder eingeschaltet und das wahrscheinlich aus folgendem Grund. Denn, wie es schon im Titel steht, hat der gute Mbappé einen neuen POTM bekommen. Das heißt, der zweite POTM in Folge. Man kann aktuell noch den alten machen und den neuen. Und hingegen vieler Wünsche von vielen Usern, die den ersten POTM abgeschlossen haben, haben die gehofft, dass es vielleicht eine Upgrade-Möglichkeit gibt auf den neuen. EA hat sich gedacht, nein, ihr könnt uns mal, und das finde ich ehrlich gesagt irgendwo recht gut, weil ich will gegen den Mbappé nicht häufiger spielen als notwendig. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch gerne meine Meinung zusammenfassen, ob sich für jemand da draußen die neue SPC gegebenenfalls lohnt. Also, lass gerne ein Like und einen Kommentar, um mich wissen zu lassen, was deine Meinung zur neuen Mbappé POTM-Karte ist. Und abonniere sehr gerne den Kanal, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Also, starten wir rein und gucken doch direkt mal in den SPC-Tab. Denn hier sehen wir folgendes. Ja, wir sehen, Mbappé hat seine neue Karte, wie gerade schon erwähnt. Er kostet 4,5 Millionen Coins. Also knapp ungefähr, sagen wir mal, 700k bis 1 Mio mehr. Je nachdem, wie das Futter gerade steht gegenüber seinem vorigen POTM, der noch eine 92 ist. Was man definitiv positiv hervorheben kann, wie ich gerade auch schon, oder wie ich vor ein paar Wochen auch schon im letzten POTM-Review gesagt habe, ich empfehle euch die Karte grundlegend nicht. Glaube aber, dass er sich besser spielen lässt als eben der Gold-Mbappé. Nicht nur, weil er bessere Stats hat, sondern weil Raserei als Playstyle auf Mbappé deutlich besser ist, als es bei Quickstep der Fall ist bei seinen normalen Karten, abgesehen vom Trailblazer. Und da bleibe ich auch beim 93er bei. Ich habe bei 92er Mbappé bei vielen von euch auf dem Account gespielt, weil ihn ja auch wirklich viele abgeschlossen haben. Auch in der Recon League sieht man ihn regelmäßig. Und gerade in der Division 1 und der Elite-Division läuft man sehr, sehr regelmäßig in Teams rein, die ein Mbappé haben. Lohnt es sich für die, auf Mbappé 93 zu upgraden? Ich bin ehrlich, meiner Meinung nach nein. Aus einem relativ simplen Grund, er hat ein beschisseneres Bild. Klingt blöd, aber guck mal das Bild an in rot. Haben ja viele gemacht. Finde ich irgendwo in Ordnung, kann man machen, ist ganz nett. Machen halt viele, so ist es nicht. Aber hat ja irgendwo was. Ich finde, hier bei dem Bild sieht das so ein bisschen aus, als hätte man ihn gerade beim Kacken erwischt. Und er hätte irgendwie kein Klopapier benutzt oder so ein Kram. Und jetzt hätte er eine Feuchttücher zu Hause vergessen. Und man macht so die Tür auf und denkt sich so, Jo, Kideon, was machst du da? Und er denkt sich dann einfach nur so, ey, lass mich in Ruhe. Das ist der Gedanke, den ich irgendwie habe, wenn ich das Bild von Mbappé sehe. Komplett unsinnig, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Naja, darum sollte es ja jetzt auch gerade gar nicht gehen. Denn sein Upgrade hält sich natürlich auch in Grenzen. Er hat kein Tempo bekommen, ein Schießen, ein Passen, ein Dribbling, ein Death und ein Physis. Also das Marginalste von marginalen Upgrade gegenüber seinen vorigen POTM. Hinzu kommt, dass immer noch seine Standardposition, glaube ich, am Start sind, wenn ich mich nicht täusche. Oder ist er standardmäßig auch beim 92er linker Flügel und Center Forward? Ja, ist er. Er hat kein Weakfoot dazu bekommen. Die Work Rates haben sich nicht geändert oder irgendetwas in der Art und Weise. Und er hat ebenfalls keinen neuen Playstyle bekommen. Wie gesagt, Raserei haben sie gelassen, aber nichts anderes haben sie ihnen zugegeben. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dafür, dass er mittlerweile eine 93er-Karte ist. Naja, ansonsten, bei den Ingame-Stats, was soll man Großartiges dazu sagen? Mbappé ist eine Macht. Der 92er war schon der absolute Wahnsinn. Und wie gerade schon erwähnt, ist er meiner Meinung nach mit Raserei noch mal deutlich besser als seine anderen Karten. Das spricht natürlich auch für diesen Mbappé. Keine Frage. Aber 4,5 Millionen Coins, muss das wirklich sein? Scheinbar haben viele von euch Bock drauf. Ich bleibe der Meinung, dass ich da einfach nicht der richtige Dude für bin. Und ich werde immer probieren, euch von solchen SPCs so ein bisschen abzuhalten, weil ihr mit vielen anderen Karten und den Coins, die da reinwandern, eigentlich deutlich mehr Spaß haben könnt. Weil ihr immer wieder punktuell euer Team verbessern könnt. Und am Ende des Tages, ja, das Ganze deutlich schneller abwickelt, als wenn ihr für so ein Mbappé geht. Nichtsdestotrotz, ihr habt vier Wochen Zeit. Wir sind in der Winter-Wildcard-Zeit, die morgen beginnt. Und das Ganze, ja, bis zum Totti wird uns natürlich weiterhin, also EA allen voran, mit Packs zuscheißen, die uns natürlich die Hütte mit Futter voll machen. Also, wenn ihr Bock habt, ihn einzupacken, macht es. Die Karte wird natürlich der absolute Wahnsinn sein. Aber 4,5 Millionen Coins. Wenn ich überlege, was EA selber jetzt schon angekündigt hat an Karten, die kommen werden, während der Totti-Zeit, beziehungsweise Winter-Wildcard-Zeit und der Pre-Totti-Zeit, wenn man es mal so nennen möchte, dann bin ich ganz ehrlich, finde ich fast alle Icons hier sind, so blöd sich das anhört, interessanter als diesen Mbappé. Aber das liegt an der Art und Weise, wie ich das Spiel selber konsumiere und selber spiele. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, morgen kommt der Gabriel Martinelli und zum Beispiel der Baby-Hullet. Also, man munkelt davon, dass es ein Baby-Hullet wird, weil sie das Bild von eben dem Baby-Hullet der letzten Jahre genommen haben. Die Karte wird dann wahrscheinlich angelehnt sein an die SPC von Zidane. Ansonsten, Luis Hernandez, der ganz cool werden könnte, Kai Havertz, den ich über alles liebe in diesem FIFA-Teil, Del Piero könnte ein Banger werden, Bobby Moore könnte auch sehr stark werden, wenn die ein anständiges Upgrade geben, Ian White, not bad, Alisson Becker wird eh ein No-Brainer, der nichts kosten wird, Davon Shuka, der Diata Roy Keane und John Stones plus 3G müssen natürlich anständige Upgrades bekommen. Aber ihr seht schon, bis zum 4. Januar sind wir bis unter die Hütte voll mit SPCs, wo wir unser Futter reinstecken können. Also, was ihr selber bevorzugt und worüber ihr euch mehr freut, das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich sage es euch, wie es ist. Ein Mbappé für 4,5 Millionen Coins macht euer Team natürlich deutlich besser oder kann es besser machen auf eine Art und Weise. Aber meiner Meinung nach wendet ihr damit nicht zu einem viel besseren FIFA-Spieler, aka IAFC24-Spieler. Deswegen würde ich immer die Masse an Karten, die deutlich mehr Spaß macht zu spielen, profitieren. So, und davon würde man meiner Meinung nach auch mehr profitieren. Aber das Ganze ist natürlich nur meine Meinung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das Upgrade ein bisschen ernüchternd. Ich finde es schade, dass sie ihnen keinen weiteren Playstyle gegeben haben, selbst wenn es nur ein Passbereich gewesen wäre oder die Lupfer-Variante. Denn, wenn man ganz ehrlich ist, Mbappé kann ja wirklich sehr, sehr viel am Ball. Naja, wenn ihr Bock drauf habt, schließt ihn gerne ab. Ich werde ihn definitiv nicht machen. Ich werde ihn aber mit Sicherheit bei einem von euch mal auf dem Account spielen und, denke ich mal, zum 92 ja keinen wirklichen Unterschied merken. Aber am Ende des Tages hätte, hätte, Fahrradkette. Solltet ihr ihn machen, spielt ihn auf jeden Fall auf Artist. Ansonsten guckt euch gerne meinen Campstyle-Guide an, wo ich euch erkläre, warum bestimmte Campstyles dieses Jahr sehr, sehr gut sind und Hunter nicht unbedingt the way to go ist. Naja, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns gerne im Stream. Kommt gerne vorbei. Twitch.tv slash diehan. Bis zum nächsten Mal. Peace, peace. See ya. 余 attractor이지our mapping. Watch how to go.